Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sephoreast Sephoreast und wir werden beobachtet Oh ja wir werden schon wieder umzingelt hier von den kleinen dreckigen Barbaren hier Aber ihr seht schon mit dabei ist wieder Onkel Yes! Ja! Sehr gut Grüße Der alte Blocker ist nur am bloggen Oh also wir wollten Ja Rivalo ist natürlich auch dabei Wir wollten heute in die Höhle gehen Höhlenforschung Rivalo will da unbedingt hin Ich bin jetzt eigentlich noch nicht bereit dafür aber er möchte da hin Ja ich will da rein Oder ist das glaube ich besser als hier die Fresse voll zu kriegen Also rein eh Und er macht ein Zyltow yeah Und? Ich nehme das Feuerzeug natürlich Hä? So an Alter wie geil da ist ja gar kein Ladebildschirm Man zeilt sich ja wirklich ab hier Ich hab ein bisschen Angst liebe Leute Ich weiß nämlich nicht was uns hier erwartet Nein Ja weil du unbedingt in die Höhle gehst So in der Höhle jetzt Ganz schön tief Nee ich bin nur wegen dir da rein Gib's doch zu dass du da rein wolltest Also jetzt bitte ich dich aber Ööö da unten ist schon irgendwas Ja das sind Babys Oh die sind aber süß Darf ich die füttern? Was? Babys sind da Wie Babys Guck Babys Guck Guck mal schnell Ah Die fliegen die Babys Oh Oh Und ne Mama ist auch noch da Das ist dieses Mutantenvieh Öööö Hab ich jetzt aber auch nix um das Vieh irgendwie doch Dynamit hab ich Wie kann man die denn benutzen? Ich weiß es leider nicht Ah Wow Also ich hab den Mann Döner hingeworfen Das ist wie so auch nicht toll Jetzt ist es tot oder? Ich glaube ja Alter wie geil Oh mein Lebensenergie ist aber auch Döner mit reich Döner mit Miet Döner mit Miet Hörste dann das Okay das zum Beispiel sind neue Mutanten Die es eigentlich früher Ah siehste Wo ich das gespielt hab noch nicht gehabt Babys Babys Wer kann die denn die Kisten leider nie aufmachen Das ärgert es denn Schau mal da seine Idee Was denn? Boah voll zerfetzt die Babys Öh da kommt ein Baby Da ist halt eklig Oh da löst sich auch wenn du drauf aus Da liegt noch ein Babybein Babybeine überall So was machen wir jetzt? Ah du machst Licht Ja endlich sieht man mal was hier In der Kadaverhöhle Und dann kann ich mein mega Feuerzeug ausmachen Weil der Onkel ist einfach der Flammenwerfer Mann Was machen wir jetzt hier? Wollen wir mal erkunden Wollen wir mal erkunden Mal hier ein Nest Nest Wir sind Fotos Kann man aber nicht gucken oder? Muss ich unbedingt Feuerzeug anmachen Es ist so schön mit euch in dieser Höhle Ah da ist was Eine Kassette Also ich fühl mich nicht so wohl hier drin muss ich sagen Eine Kassette haben wir gefunden Und hier ein Seil Äh hier Ah ok Ein 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 Seil hab ich auch gefunden Ein Zombielaren Seil Hast du Pfeilbogen da? Ja ja Ne ich hab keine Pfeile Oh was ist denn da? Es ist so guselig Da oben ist auch noch ein Lasso Nehmen wir mit Gute Da oben Ein Kerzentotenkopf Hmmmm So eine Schöne Halloween äh Wie heißt das? Dekoration hätte ich auch gern Uhhh Das aber nicht Das sieht echt nicht aus Warum schlägst du mich? Das hast du geschlagen Doch du hast mir Schmerz zufügt Also ich will mich jetzt nicht beschweren oder so Aber ich habe das Gefühl dass dieser Weg genau zu der Oberfläche ist Woher hast du gesehen weil wir runtergegangen sind Das ist nicht wahr 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 Ja ok 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 Das sind die Dölde Ok ok Oh la Oh oh h... Dieヒchpen oder so. guck mal okay es ist auf jeden Fall nicht die Oberfläche wenn man da weitergehen rechts genau da ist noch so ein kleines Abstieg da wohin ist das ein Monster da hinten kann man auch lang ja die kommen überall irgendwann die Monster egal dann wo wird's lang hast du noch Dynamit? hast du noch Dynamit dabei? ich finde den scheiß eingeboren und mach mir jetzt keine Sorgen wegen wen denn? ja bei mir ist er wegen die Diamanten das ist auch geil wie kannst du jetzt den Stock hier abfackeln, einfach einen Stock nehmen, so ein Tuch und was noch? ach dann hat man das schon ja geil, dann boh ich das mit L anzünden kann man nur einmal damit schlagen ja, anzünden bitte wie kann ich ihn jetzt anzünden? mit L das ist gut hab angezündet das ist ja geil, Feuer, Feuer Tag der lebt noch, oder? ne der ist tot hier sind überall Körperteile aber die gehören nicht zum Spiel Geld Geld ist immer gut, liebe Leute, da könnt ihr schon Feuer mitmachen Helm? Helm? nach links und sind glücklich das ist die Höhe ist echt Wahnsinn wo ist zu essen? ja, ist auf jeden Fall ein geiles Stück also ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt tot ist und dann hier reingeschleppt wird im Singleplayer dass das schon echt ein krasses Gefühl ist, wenn ihr dann hier wieder raus willst gerade wenn man hier hin verschleppt wird, hat man ja nicht zwei leise Feuerzeug oh, der Ausgang, dann gehen wir wieder zurück ok, hier ist der Ausgang, aber da wollen wir nicht hin cool, 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 hier liegen auch noch Körperteile ja, ich wollte nochmal gucken und wieder rein, ey, was jetzt? krass ich komme, Onkel also haben wir es eigentlich lebendig wieder rausgeschafft, liebe Leute, ihr habt es gesehen ähm, wir haben aber noch ein paar Wege boah, das Geräusch, ne, hörst du dieses Klappern und das ist voll cool oh, die haben sogar eine Brücke gebaut eine Pritsch eine Pritsch da unten sind was ah, das sind Kisten zum Kaputtmachen, oder? doch, eh, aufmachen sei denn äh, kann ich mit der Fackel die Dinge aufmachen, oder ist die dann aus? ja, weiß ich nicht was? kannst du aufmachen ist echt spannend was hast du? was ist spannend? hier in den Höhlen rumzulaufen ja, ja ich wollte ja da rein, du wolltest ja erst nicht also, es ist deine Schuld also, es ist deine Schuld warum? siehst du doch gar nichts ok oh, gut, ein Kassettenrekorder, hab ich jetzt schon zwei dafür auch ausgegangen so, die ist ausgegangen kann ich nicht wieder dran bauen? ah ne, muss ich erst ein Tuch drum binden, ne? mhm ist ja realistisch eigentlich, dass nach der Zeit, ähm das Ding ja sich abnutzt also, da kann man doch gar nichts zu sagen finde ich jetzt nicht, dass es jetzt irgendeine Art und Weise schon negativ wäre hier ist noch was Ressource ja, ich bin schon voll mit Zeilen ja, ich bin schon voll mit Zeilen ein Lasso, komm, hol dein Lasso raus wir spielen Cowboy Indiana also, die Rüstung geht's nicht mehr, oder? ne ja, ich bin runtergefallen oh, die ist in Töne viele Geheimnisse verwerben sich hier also, Skywalker die Rüstung auch abgeklappert ja also, gibt's nur noch einen Weg ja, dann halt, wo man noch zurückläuft, ne? it's the only way ja, ja, ja vielleicht, äh, ich hab gehört, es gibt ne Königin oder sowas oder war das nur ein Märchen also, hier kam er her ja, da ist der Ausgang da gehen wir links her ne, Onkel, gibt's hier so ne Königin oder sowas ne Königin? die, die Bachelorette der Zombies oder der Eingeborene bestimmt die Frau, die die Fotos hat ne, das ist halt dieses das sind halt diese komischen Spinnenwesen, die du da gesehen hast ah, da hängt was ein Mensch, ein Überlebender, er hängt wir haben es dann einfach hingehangen mhm und was hängt da runter? sind das kleine Finger oder was? äh, Daumen was soll das sein? was ist das? ah was guck ich denn da grad an? was war denn das? hast du gesehen? ist das ein Herz? was? was ist das? haben wir aufgesammelt, oder? hast du gesehen? du hast es sehr genau angeguckt ja, da hoch ist es doch äh, Brocken, toll kaputtes Spielzeug ist so was kann das? ich hab auch ein ein Air-Kanister neben dem Rucksack liegt das it's the only way ja doch mal bitte auf jo das will nicht noch hier die Spannung weg, ey, mit dem scheiß Gesinge das ist kein Gesinge, sag ich, was ist das? ich hab' kocht das ist der einzige Wicke weißt du, du, den Rucksack, wo du sagst, da liegt irgendwie was? wenn du i drückst, am Rucksack hast du das aufgesammelt, das wird da angezeigt, im Inventar hast du da ha? wo denn? äh, bei mir ist das rechts neben dem Bild direkt aber das kann man da zusammenbauen zu dem ganzen Tor hier wahrscheinlich kann sein kommt ein Spielzeug vielleicht von deinem von dem Kind, was man die ganze Zeit sucht sucht man das wirklich? weiß ich nicht, vielleicht sagt man sich ja auch scheiß drauf aber gehen wir jetzt weiter ja oh, hier ist auch noch, ach so, ist geil also hier, jetzt geht's hier nach rechts wo der, also ich würd sagen, wir laufen dann später da, wo die Leiche ist lang, da wollen wir nichts anderes gucken ja die Leiche du, 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 du boah, das ist so dreckig und widerlich hier aber die Höhle sieht geil aus, muss ich sagen was haben die echt schön gewonnen was ist auf, oben war ne Decke wie eine Decke oh oh das sind sogar noch Spidermans Spidermans die kommen runter ja kommst du bitte her, das ist einer du, einer ich ja, 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 einer du, einer ich warte gut ja, ja, die Fackel brennt aber immer noch, ne ja, ich glaub, zwei, drei Mal oder so ja, ich glaub, zwei, drei Mal oder so sind die auch so, ja, die sind also sehr feuer, äh, ja, weil die auch nackt sind, ne, das sind halt nackte Wesen ihr habt es ja selbst gesehen also, ich muss ja oh der hat überlebt und vorher vergeschlagen oh ich will mal draufhauen was musst du sagen was wolltest du mir sagen du sollst mal draufhauen da ist noch einer da ist noch einer oh Junge, bau jetzt das scheiß Ding sogar da ist die Haupttülle hier wieder raus pass auf ja, 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 ja ok, nächste tot ja, ich komm ok, nächste tot ok, nächste tot oh, beide tot toll puh mein Herz hat sich grad ein bisschen erschreckt ok, hier gehst du wieder raus hier, ich bin da wo Henker das tut oh man, alle, hier geht's so weit weiter und die Höhe ist so, oh nimmst du eigentlich die Sendstück auch mit? ok, gut, das war eine Falle hier, oder? das hab schon hier wieder, wenn du hier hoch gehst, hast du mir, äh, ja, ja, ja was soll ja ja ja, irgendwas oder hat er sich bei dir das angeguckt oder hat er sich bei dir das angeguckt oder was angeguckt ne, er hat, äh, nix geguckt das war einfach irgendein Geräusch, vielleicht war das so Art Geheimraum schulde doch noch jemanden äh, was kann denn hier drin sein? guck mal, hier kann man sogar tauchen, Onkel wär das vielleicht die Möglichkeit, dass wir uns hier mal durchtauchen ja, guck doch mal, komm an der Tauchung ja, hier geht's noch tiefer rein aber ich glaub nicht, dass wir das überleben ganz gerne, da unten ist auf jeden Fall noch ein Weg mh, jetzt ist die Fackel ausgegangen mh, schöner Wasserfall, okay it's the only way ah, ein Seil dann geht's wahrscheinlich auch wieder hoch, ne an die Zivilisation ah, die Zivilisation boah, dass du immer singen müsst, ey das war doch gar nicht gesungen das war einfach nur gesungen das ist kein Singen das ist ganz normales Reden Mensch du singen wär, wenn Musik an wär und irgendwie, keine Ahnung, singen würde Kisten was machst du? jetzt irgendwas könnte hier passieren so ein Stein, ein Koffer diese Kisten, echt diese Kisten diese Höhlen sind echt komisch ja ich find das nur immer voll nett, dass diese Kisten reinpassen die Kisten für uns um kann man schön looten, würdest? ich will wieder essen, muss ich ja man ist ja schnell erschöpft hier boah da geht's grad nicht in die scheiß Kiste aufzumachen hm du bist schon doof du bist schon doof mach jetzt die Kiste auf hallo? ach so, oder so geht doch nur Medizin drin und ich hab leider voll hier war ne Sackgasse, oder? mhm hier so wie ne Sackgasse ist richtig ok ja ist gut, aber dann wissen wir direkt man hier nicht mehr weiter geht obwohl da hinten sieht aus, als geht's noch weiter nö das ist nur so gewollt, dass man da hoch guckt aber ok mhm 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 tötötötöt so, jetzt gehen wir baue ich nochmal was um und wieder eine Fackel am Start bin grad voll mit einer Spannung in Höhlenkonzentration ja in Höhlenkonzentration jetzt willst du doch schwimmen gut, wir probieren hm geht auf jeden Fall definitiv weit, weit runter ja die Frage ist, ob man da auch lebendig äh rausge- oh, da hinten ist irgendwas also hier geht's auf jeden Fall auch weiter und wie sieht's aus? boah, da ist wieder hoch das ist ja irgendwie weil irgendwie eine Lüftzufuhr oder so da wäre wahrscheinlich jetzt der Taucher uns noch ganz gut, ne? boah, wie hoch geht denn das noch? also bringt nichts darunter zu schwimmen, oder? aber wie lange der jetzt getaucht hat, könnte man da unten durchtauchen, aber hm können wir gerne später machen, wenn man alles hervorstampelt hier unten ist nämlich auch noch was oh man okay, wo bist du jetzt irgendwo? ich, ja ich schaue nochmal weiter äh, hier ist irgendwas, das sieht komisch aus ist aber nix naja, ist auch nur wieder so ein Stein und Wasser vielleicht können wir da mal probieren mit dem Tauchen oder wir gehen einen ganz anderen Weg, oder gab's keinen mehr doch, 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 doch ist hier irgendwas? ne aber am Boden liegt irgendwas ah, Polatosen scheiße stecker wenn du in das Wasser gehst, versaust du dir so in den Klass, weil du dir da neu bauen musst naja das stimmt ich würde jetzt auch noch keinen bauen, weil du musst jetzt erstmal hier raus na, vielleicht schaffst du es auch so ok dann gehen wir den anderen Weg lang, würde ich sagen eine sehr spannende Höhle ok, also das haben wir hier erforscht ja mein Feuerzeug juckt ein bisschen was? dick 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 ich sag mal, mein Feuerzeug hat grad nicht geklappt hm Mega Man oh, ja, der Weg mit der Leiche das ist, oh, da steht was drauf I love, was steht da? I love kann das nicht lesen I love Keith Zombie ist ein Geborner Love I love some den Leuten doch nichts erzählen dass die Angst vor einer Fledermausse haben aber man kann mit den Leuten erschrecken verstehst du wir müssen da ist eine Achtung ich steht auch wieder Terminator und er zappelt 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 wir haben es rechts und links da ist so eine Art Holzwand gehen wir erst links lang nicht gerade zu wenig so das sieht eher aus nach Ausgang es plätschert schon wieder so doll ja da brauchen wir nicht hochklettern oder? nein das wird schon ein Ausgang sein da war die Höhle ist geil auf jeden Fall oh man das geht so ein Scheiß oh die Klassen Klassen geht irgendwas also hier ist auf jeden Fall was los oh hier gerade von dem Steinausschlager oh hier ne Karte ne Karte? ja wo kann man die angucken? oh ne Brille Kompass ein Kompass sogar ah Map 3 von 4 da können wir dann eine zusammen bauen geil da haben sie doch ein paar Schätze versteckt das finde ich jetzt cool kann man das irgendwo auswählen diese die von der Kompass die Kompass kann man hier ja die Mämmel kannst du in der Hand nehmen ah was denn ok ich nehme wieder ein Ding in der Hand ich hab grad alles gehört jo oh hier sind ganz viele Käfige Menschenkäfige ist auch grad so ein spannender Moment hier Ungeberzacht eigentlich die Zeit also hier geht's auf ah hier kommt man dieses Gäste hier oben ist das wo wir in diesen großen Lager drinnen standen wo wir runter gehen wollten wo du vorn schon in die Höhle wolltest wenn du hoch guckst liegst du in das Zelt rein hier kommst du dann raus ja also hier ist sozusagen werden die Leute reingeschleift oi 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 ok mein Liegenwolder dann würde ich sagen den Park beenden wir sauber und dann machen wir dann hier gehen wir dann wieder weiter ja bleib natürlich mal jetzt stehen ja ich bleib stehen wo bist denn du wer ist dran? ich oder? mhm ja ok liebe Leute dann würde ich sagen dann war's das für heute ich hoffe es hat euch gefallen hier die erste Hülldurchgang aber wir sind ja noch lange nicht fertig und dann werden wir jetzt gleich züge werden wir jetzt gleich mal weitergehen muss mich so erschrecken ihr hört schon die ganze Zeit Folterschrei hier ich hab hier grad ein bisschen Angst krieg ich jetzt meine Fledermausse weil es ja grad so aber jetzt dieses Geschrei ist schon gruselig wenn du mal guckst der Felsbrocken da siehst du das das sieht aus wie ein totenkopf so mit zwei Augen Nase und Mund der Sabbat siehst du das? um meine Richtung kannst du jetzt mal hinne machen? ja und dann würde ich sagen liebe Leute seht ihr uns morgen wieder wenn es euch gefallen hat bleibt doch mal bitte stehen nicht dass du jetzt da irgendwie so ein Vieh anlockst das bleibt doch mal stehen bleib doch stehen nee ich wollte mich doch nur drehen Mensch du ja wenn du dann Pause hast und das Vieh kommt in der Ecke ist auch scheiße also mach jetzt ja also sehen wir uns morgen wieder dann geht's direkt wieder da bis dahin Ciao Tschüss